Das wahrscheinlich um 1400 gebaute kleine Gotteshaus zu Ehren der Maria Maddalena steht am Ostrand von Castiglione im Tritsche Viertel, an einer Straßenkreuzung, die einst Castiglione d'Otranto mit dem kleinen Vorort von Cricasse de Bressa und mit Montesano verband. Das Innere besteht aus einem einzigen Schiff, in dem es einen kleinen Altar gibt, welcher gegenüber der ebenso kleinen Eingangstür steht. Zwei Bilder stellen die heilige Maria Magdalena beim Anlegen an einem Strand dar, sehr wahrscheinlich Marie de Loner, um die Welt zu bekehren. Früher fand in der Nähe der Kapelle der Viehmarkt statt. Er wurde von der örtlichen Bevölkerung viel besucht. Das Gotteshaus wurde vom spanischen König Karl am 22. Juli 1752 gestiftet. Das steht auf einer Aufschrift über der Eingangstür. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.